Ja, Tor! Und nochmal über Matsuda. So, vier Ballbesitz jetzt für 96. Neurestedt kommt kaum aus der eigenen Hälfte raus. Gleich jetzt über C hier. Und dann über Bühuneck. In der Mitte das Wack. Aktuell trennen beide Teams fünf Punkte. Neurestedt mit 15 Punkten nach sieben Spielen. Und in der Woche sechs Spielen. Dreizehn, wenn heute das Spiel gewonnen werden sollte. Und dann ist auch das Nachholspiel. Am kommenden Dienstag beim Hamburger Sportverein. Als gute Gelegenheit für Norderstedt. Da ist das Tor. Neues Spielstand. Hannover 96 gegen Antwerp. Neurestedt. 1 zu 1. Da kam er noch fast. Jetzt ein schöner Konter, wo Laura steht und eine wirklich gute Gelegenheit von Kevin Fans von Anhalt und Matsuda, der versucht es nochmal, gut, schön ausgespäht und der zweite Maler steht es jetzt, der zweite Maler steht es jetzt, der zweite Maler auch bei 16.8 oder 16.8, die er so stark gemacht hat in den letzten Spielen, dass der eine für den anderen kämpft und fightet bis zum Schluss. Das war der Schlussgriff!